Moin an alle Helden da draußen, mein Name ist Daniel und wie ihr diese wunderschöne Garderobe baut, seht ihr in diesem Video. Bevor wir jetzt anfangen, aus dieser wunderschönen Bohle hier unsere Garderobe zu bauen, noch einmal der Hinweis, alle Werkzeuge inklusive der Anleitung und der technischen Zeichnung findest du unten in der Videobeschreibung. Also schau da einfach vorbei. Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Puh, ich sag mal, fertig ist der Bums, ich bin super happy damit, ich konnte nämlich mal wieder so ein bisschen mehr den Tischler in mir rauslassen, sage ich mal. Und Noah, unser Cutter, der auch gerade filmt, hat die Garderobe auch schon frequentiert und was gibt es Schöneres, als wenn das, was man gebaut hat, auch noch benutzen wird. Und jetzt werde der Held in deiner Garderobenwelt.